Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Universe Community Video. Ich bin Sebastian von Star Wars Basis und ich werde euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und eure Fragen beantworten. Wie auch die Fragen, was ich von der Kritik zu The Acolyte halte, was ich mir vom Finale von The Bad Batch erhoffe und wie es mit Commander Cody weitergehen wird. Aber lasst uns erstmal mit den News der letzten Woche anfangen, wobei ich hier sagen muss, dass es da nicht wirklich News gab. Es gab den ein oder anderen neuen Artikel zu The Acolyte, wo drin stand, dass die definitiv versuchen, ziemlich coole Lichtschwertkämpfe zu gestalten und dass deren Ziel am Set es war, einen Lichtschwertkampf zu machen, der mindestens genauso cool ist wie das Duel of the Fates in Episode 1, dass die sehr viel dafür trainiert haben und dass es ziemlich cool war, das auf dem Bildschirm dann hinterher zu sehen. Ob es wirklich besser wird als Duel of the Fates oder da dran kommt, müssen wir mal schauen. Und ansonsten gab es noch ein Leak zur Laufzeit von The Bad Batch, das besagt, dass die nächste Folge 24 Minuten lang sein soll. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, werden wir dann am Mittwoch sehen. Aber wirklich viele andere News gab es in der letzten Woche nicht. Wirklich. Womit wir zu den Kreationen aus der letzten Woche kommen können und einmal ganz kurz noch einen Nachschub. Denn in der letzten Woche hatte ich euch eine Kreation von Phoenix vorgestellt und da war ich mir nicht ganz sicher, woher das kommt. Das hat Phoenix jetzt aber nochmal dazu geschrieben, dass das eine Collage aus The Old Republic ist, mit mehreren Bildern, die zusammen gekitbashed worden sind. Ansonsten hat Phoenix hier auch vier Designs für Klonen Spec Ops Trooper hochgeladen, die über Paint.net gezeichnet worden sind. Und Simon Playershark hat ein Musikvideo zu einem Star Wars Song erstellt. Das werde ich euch jetzt hier nicht einblenden, aber ihr könnt gerne natürlich auf den Discord Server kommen. In der Kategorie Creatoren im Textkanal SWB Community Creations findet ihr die ganzen Kreationen hier und könnt auch selber Kreationen hochladen. Wenn ihr irgendwas gemalt habt, gezeichnet habt, gebaut habt, in einem Videospiel irgendwas Cooles erstellt habt, was mit Stars zu tun hat, dann postet das gerne hier rein. Dann kommt das hier montags mit Indie-Videos auch mit rein. Aber kommen wir damit zur Beantwortung eurer Fragen. Und die namensgebende Frage stammt von Ben und lautet Wie denkst du, geht es mit Commander Cody in The Bad Batch beziehungsweise allgemein weiter? Naja, die Sache ist, wir haben jetzt nur noch zwei Folgen. Und es ist natürlich eine Möglichkeit, dass das Bad Batch jetzt in so eine große Gefahr gerät, dass in irgendeiner Art und Weise alle möglichen Klone denen noch zur Hilfe kommen. Das ist das große Finale. Ganz viele Klone sterben. Und damit wird dann auch der Übergang zu Rex und so in Rebels geklärt. Und in irgendeiner Art und Weise taucht da auch Cody auf. Oder Cody ist doch einer dieser X-Klone. Die beiden Möglichkeiten sehe ich momentan für Commander Cody in The Bad Batch. Ich glaube aber, dass wir den in The Bad Batch gar nicht sehen werden. Ich denke, die wahrscheinlichere Möglichkeit ist, dass wir wirklich eine The Bad Batch Nachfolger-Serie bekommen, in der wir mehr über Klone erfahren, in der es dann mehr über Klone im Allgemeinen auch gehen wird und über Omega, Ventress und vielleicht ein paar Jedi-Überlebende, wie die Kinder jetzt hier auf Wayland. Da könnte das Bad Batch dann halt, wie gesagt, auch mit auftauchen, nur halt nicht als die Hauptprotagonisten. Und wir könnten da ein paar mehr Clone-Stories sehen, wie eben dann auch über Cody, dass der über die erste Staffel oder über verschiedene Staffeln damit dazustößt und dann da auch mit zum Hauptcharakter wird. Ich denke, das ist das Wahrscheinlichste für den. Wann das im Endeffekt sein wird, ist schwer zu sagen, aber ich vermute mal, das sind dann noch ein paar Jahrzehnte. Aber dadurch, dass das mein Hauptberuf momentan ist, damit verdiene ich jetzt seit mehreren Jahren meine Brötchen, habe ich nicht vor, damit aufzuhören, um ehrlich zu sein. Das heißt, solange mir das noch Spaß macht, solange ich keinen Burnout bekomme von den vielen Videos, die ich mache und solange ihr das noch schaut und ich damit meine Miete und meine Brötchen zahlen kann, noch sehr, sehr viele Jahre, ich habe momentan nicht vor, damit aufzuhören. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Daniel fragt, was passierte mit den Arks Hammer und Blitz nach der Schlacht von Kamino? Das wissen wir, um ehrlich zu sein, nicht. Und da könnte man auch wieder diesen Bogen in Richtung The Bad Batch Nachfolger-Serie bringen. Viele Klone, die wir in The Clone Wars gesehen haben, die The Clone Wars überlebt haben, sind später wieder aufgetaucht. Sei es jetzt in Rebels oder eben auch in The Bad Batch. Und einige Klone wie Hammer und Blitz sind noch übrig, die haben diese Schlacht überlebt. Ob die die Klonkriege überlebt haben, wissen wir bisher nicht. Bisher sind noch keine weiteren Storys mit denen erzählt worden. Aber sollte jetzt eine Bad Batch Nachfolger-Serie wirklich in Richtung weitere Klone gehen, wäre es sicherlich eine Möglichkeit, dass Hammer und Blitz in dieser Serie auftauchen und damit behandelt werden. Komisch, er schreibt, was denkst du über die Kritik bzw. teilweise nur Hate zu The Acolyte? Das ist eine relativ komplizierte Frage, weil es natürlich jetzt sehr generalisiert ist. Es gibt viele verschiedene Stimmen zu The Acolyte von Oh mein Gott, das sieht ziemlich cool aus, zu Ah, mir gefallen gewisse Aspekte nicht, bis hin zu Okay, die Serie ist wirklich absolut kacke und wir greifen jetzt mal die Leute an, die hinter der Serie stehen. Und da muss man natürlich differenzieren. The Acolyte an sich, das, was ich bisher gesehen habe, haut mich jetzt nicht wirklich um. Ich denke, es hat Potenzial, aber ich sehe da auch einige Sachen, bei denen ich mir so denke, okay, ha, die Sets sehen jetzt nicht so aus. Das, was ich von den Kampf-Szenen gesehen habe, könnte auch besser aussehen. Aber wie viele Sets haben wir gesehen? Vier oder fünf vielleicht? Und ein, zwei Kampf-Szenen? Da kann die Serie noch viel, viel, viel mit machen. Deswegen mal schauen. Und Leute, die solche Kritik äußern, ja, die Kritik besteht halt. Und wir sind unterschiedliche Menschen, wir haben unterschiedliche Wünsche an diese Serie. Wenn da was dabei ist, was die Serie dann nicht liefert, was man sich eigentlich wünscht, kann man es natürlich kritisieren. Wenn es dann allerdings in Richtung Hate geht, ich habe ja gestern auf Star Wars Basis auch ein Video zugemacht, über ein paar Aussagen zur Showrunnerin der Serie, zu Leslie Herdland, die momentan im Internet rumgehen, die sich teilweise einfach nur aus irgendwelchen Körperöffnungen rausgezogen worden sind. Und weder Hand noch Fuß haben, irgendwelche Sachen behauptet werden, die Herdland gesagt haben soll, die sie nie gesagt hat und Herdland dafür dann kritisieren und zu haten, das, finde ich, geht absolut nicht. Kritik, wie gesagt, sehr gerne und sehr viel äußern, vor allem, wenn es konstruktive Kritik ist. Aber Hate verbreiten und vor allem nur noch Hate für Sachen, die man sich einfach selbst ausdenkt, das ist einfach nur mies. Und dann noch die Fragen von Theodor. Was erhoffst du dir bzw. erwartest du vom Finale von Star Wars The Bad Batch? Die letzten beiden Folgen heißen im Deutschen und Englischen wie folgt. Für Folge 14 Ansturm oder Flash Strike. Und für Folge 15 Entscheidung auf Tantus und The Cavalry Has Arrived. Ich frage mich wirklich, was das zu bedeuten hat. Ich mich, um ehrlich zu sein, auch. Die große Frage ist natürlich, bekommen wir bei Folge 15 eine relativ normale Länge für die Serie, also sowas wie 20, 25, maximal so 30 Minuten. Oder wird das sowas wie mit der ersten Folge, die ja eine Stunde 15 ging in Staffel 1, dass wir hier auch eine Überlänge bekommen, fast schon so Spielfilmlänge. Je nachdem, wie lang die letzte Folge ist, können natürlich unterschiedliche Sachen unterschiedlich gut passieren. Ich denke mal, in der nächsten Folge wird es einfach eine relativ actionhaltige Folge, auch wieder zweigeteilt Omega, die entweder den Fluchtversuch weiter mit den anderen Kindern plant oder auch schon anfängt, diesen Fluchtversuch durchzuführen. Und das Bad Batch, was versucht, sich in irgendeiner Art und Weise reinzuschleichen und vermutlich es sehr viel Bang-Bang-Action gibt und die sich irgendwie reinschießen müssen, weil sie es einfach dann nicht mehr schaffen, sich irgendwie reinzuschleichen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass die Folge endet, während Omega in Lebensgefahr ist. Die Jungs von Bad Batch können nicht rechtzeitig dahin. Vielleicht verrät Rampart die irgendwie sowas. Dass es also wirklich auf einem Cliffhanger endet und man weiß nicht, oh mein Gott, jetzt können hier zwei, drei Leute sterben. Das könnte das komplette Ende sein. Mal schauen. Und dann bei Folge 15 bin ich mir unsicher. The Cavalry has arrived. Hört sich natürlich so an, als würde irgendeine starke Einheit auf Tantus ankommen. Das kann jetzt sein, dass Rex und Echo mit ganz vielen Klonen ankommen und man eine Riesenschlacht zwischen Klone, die das Bad Batch unterstützen und diesen TK-Trupplern und Klonkommandos sieht. Und das ist dann ein Riesenfinale. Dabei sterben ganz viele Klone und dann war es das auch mit den Klonen und dann gibt es wirklich keine weitere Serie über die Klone nach The Bad Batch. Das wäre eine Möglichkeit. Es wäre aber auch eine Möglichkeit, dass vielleicht royale Garde Palpatines ankommt, um Palpatine-Klone oder so zu beschützen. Und das ist die Kavallerie, die ankommt. Aber die Serie braucht sicherlich, wenn nicht eine Anschlussserie nahtlos daran anschließt, ein gutes Ende, ein emotionales Ende. Das heißt, entweder wir müssen am Ende sehen, wie Omega sich mit Ventress zusammentut, weil alle anderen gestorben sind. Oder wir müssen sehen, wie sich die Klone dann doch auf Pabu zur Ruhe setzen und Omega da mit bei ist. Irgendwie sowas. Das kann man aber ja nicht in einer oder zwei Minuten abhandeln. Ich denke, so ein Finale braucht dann am Ende auch schon fünf Minuten, wenn nicht sogar zehn Minuten, um das emotional auch vernünftig gut rüberzubringen. Deswegen, wenn es nur eine 20-Minuten-Folge ist und davon ist so zehn Minuten Abschluss, weiß ich nicht, ist wirklich, wirklich schwierig. Schreibt mir eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich nächsten Montag im nächsten Community-Video beantworten soll, haut sie hier unten in die Kommentare. Mit ein bisschen Glück kommt ihr dran. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.